Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Donnerstag. Sie bekommen es ja mit, was im Moment an der Börse gespielt wird, Solar, Wasserstoff vor allem. Und da blicken wir genauer drauf, und zwar auf den E-Wasserstoff-Nordamerika-Index, der von uns neu ins Leben gerufen wurde, vor nicht allzu langer Zeit. Nach verhaltenem Start, sage ich mal, geht jetzt wieder hier deutlich Momentum rein. Wir sehen es gestern, knapp 6% angezogen. Warum? Plug Power ist eines der Schwergewichte, mittlerweile ein Viertelgewicht im Index. Dann auch Ballard Power, Nikola, gestern deutlich angezogen. Und entsprechend, ja, dynamisch sind wir jetzt auf ein neues Hoch gestiegen, was natürlich jetzt so in dem Fall nicht schwer gewesen ist, nachdem eben der Index noch recht jungfräulich ist. Mit dem Kaufsignal im Rücken denken wir, dass es eben weiter nach oben geht. Es gab ja zuletzt eine große Studie von McKinsey, dass das Thema Wasserstoff uns noch länger beschäftigen wird und auch entsprechend Investorengelder da reinfließen werden. Das ist aber ja jetzt nichts weltbewegend Neues. Aber es hat zumindest mal dafür gesorgt, dass wir vielleicht hier neue Impulse bekommen haben. Entsprechend lautet die Empfehlung ein Faktor Long auf den E-Wasserstoff North America Index oder Nordamerika Index mit der MA0 ZJW unseres Partners Morgan Stanley. Der Schein kostet aktuell 15,75. Wir haben einen etwas sportlicheren Hebel von 4 ausgewählt, weil wir denken, dass da weiter eben Momentum drin ist in der Branche. Und daher eben, wie gesagt, die Entscheidung ein Faktor von 4. Den Stoppkurs, den würde ich dann etwas weiter platzieren. Bei 20 Prozent etwa unter dem aktuellen Kurs. Das wäre dann quasi 12,70 Euro etwa. Ja, Chancen sind sehr groß, wenn wirklich hier die Branche so richtig ins Rollen kommt. Da stehen wir meines Erachtens doch auch erst am Anfang. Und da wird noch ganz, ganz viel passieren. Und in dem Index sind, wie gesagt, die wichtigsten Player aus Nordamerika enthalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Tipp gestern. Ich muss überlegen, K plus S, noch nicht so angelaufen, hat heute eine neue Kaufstudie bekommen mit 9,50. Ich hatte es gesagt, Lampe sieht 12 Euro. Die Aktie bei etwa 7,10 Euro gestern geschlossen. Dabei bleiben durchaus auch hier große Chance, Gewinne mitzunehmen. Das war es von meiner Seite. Viel Erfolg weiterhin. Bis morgen. Tschüss.